hallo und herzlich willkommen zu einer runde besiegen das ist jetzt die neue insel so da werden wir jetzt mal anschauen was sind das von krisen ok na gut dann starten wir mal jetzt was müssen wir machen ok ok also ich muss auch wieder hochkommen wieder unten kinn habe ich denn da schon was vorgefertigt ist was da passt könnte denen habe ich nur vier bomben wenn die weglaufen habe ich pech da komme ich dann mit den greifen muss ich da hochkommen mit denen komme ich nicht hoch dem feuerlöscher kann man die vielleicht auch unterschließen mit dem feuer ich probiere es einfach mal aus laden okidoki ja mit meinen wasd tasten ja so und schau mal haben wir einmal den um fahr mal den um die 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 uhr diese sollte umfallen ihr seid umfallen sie wollen nicht so ist er quetscht so da ist noch eine hallo das gibt es doch nicht geht doch geht doch da steht einer an der wand der wird jetzt voll zerquetscht wie soll ich denn da warte mal wasserstrahl aber was ging der wasserstrahl noch mal füllen wir gleich heraus so vielleicht kommen wir da ja noch mal so rein was gegen der wasserstrahl ich habe nur fünf gesetzt so fünf ich hätte den stein auch kaputt fahren können na super teiler und da geht auch jetzt zu der baby ich habe es geschafft dann zur nächsten zone schauen was uns da hat okay ganz viele mögen und prozent muss sich das stammt von dem film was kann man dafür hat man kommt ja nicht auch daran probier mal einfach hier nach oben schließen und dann kommt nicht so hoch ok ich nehme einen anderen flieger meinen flieger der flieger geht schon kaputt der geht nicht hoch genug dafür habe ich nichts dafür habe ich nichts ok gut dann müssen wir einen neuen baum was nimmt man da ich habe eine coole idee ich mache da so eine wand das allgegen aufwand fliege so wie bei meinem flieger in der flieger in der r Tambor ja so mache ich das damit Anti going machen wir mal hier ein da kommen die räder auch mal nicht dass er umfällt so jetzt die lenkung einschalten das ist links rechts 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 links rechts links und rechts links setzen wir jetzt auf den boden und da kommen wir zu diese ach da sind die Ich glaube das tatsache speichere ich euch dann auch ab und das nenne ich die Worte gerne heißt ja auch alle mit deutschen Namen die Wand aber mir ist erst mal nur das Ziel hier alles gut durchzuspielen und wenn ich alles gut durchgespielt habe dann würde ich vielleicht ein paar schöne Sachen bauen vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge was ich da schönes bauen kann ich habe schon probiert so ein Transformer zu bauen das Problem war ich habe da so viele Steine benutzt für das der Rechner erst nicht mitgemacht hat das war richtig übel oh 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 okay ich kann nicht lenken warum keine lenken sind das so viele Räder da liegt auch für den Boden das gibt es okay mal mal wir machen wir mal hier und unten und unten das waren die äußersten Träder und jetzt muss ich mal irgendwie alles befestigen weil habt ihr ja gesehen ist auseinander gefetzt das Teil so aber so 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 und so dann schauen wir jetzt nochmal ah jetzt bewegt er sich nur nicht so schnell sonst fällt er um oh nicht so schnell nicht so schnell ich habe ein bisschen Zeit da fliegen ja wirklich alle bis auf einen Vogelgegenwag losvogel ich kriegen wir auch ein bisschen Zeit dann nehmen wir jetzt das nächste so da haben wir jetzt irgendwie fliegen weil ich glaube da geht es runter das heißt wir brauchen also mein schönes ach ich wollte die noch speichern warte mal da speichern 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 wand ganz schlicht wand ok so speichern ok jetzt haben wir meine Flugmaschine fliegen flug 1 ich hatte vor vielleicht nur mehrere flieger zu bauen auf oberst glaube ich fliegen jawoll ja auf so ganz schlicht wo ich Okay, ich wollte auch nicht mal meine Bombe abzuwerfen, um nur drauf zu landen. Aber ich möchte mal probieren, eine Bombe abzuwerfen. Ja okay, ich habe alle Bomben abgeworfen und die haben sich in der Luft selber berührt. Okay, dann machen wir das erstmal so, dass ich die kaputt mache und ich probiere jetzt einmal einen hier noch mit einer Bombe abzuwerfen. Habe ich den berührt? Ach ne, der ist da. Ey, auch ein Wunder, wenn ich was berühre hier mal. Ich brauche mich berührt. Scheiße, Kontrolle verloren. Okay, ich habe es geschafft. Ich brauche mich nicht berührt, aber egal, ich habe es geschafft. Okay, das nächste. Wages Insignals. Wages Insignals. Wages Insignals. Wages Insignals. Wages Insignals. Ich habe kein Signal. Gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen jetzt so mal mal die. Mal gehen hier. Die Greifer. Hey. Nein, ich habe den Greifer überschrieben. Ich habe den Greifer überschrieben. Den schönen Greifer. Ihr Putz. Neuem hier. Nein! Nein! Warum das denn? So, geht aber. Okay. 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 Habe ich nicht alle? Das habe ich nicht vergessen. Vielen Dank. Okay, das war jetzt wieder mal eine Runde. Ich werde jetzt hier eine Pause machen. Ich werde meinen schönen Greifer wieder bauen. Ich hoffe, den Krieg noch so hin, wie ich den gebaut habe. Der war ja nicht allzu schwer gebaut. Also ich denke mal schon. Aber ich hoffe, ich habe mich voll gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.